Herzlich Willkommen zu meiner Show. Hallo, hier sind wir wieder bei 1-2-i, Oberkörperfrei. Heute, Samstagabend, 18.30 Uhr, Tipico-Top-Spiel. Der FC Bayern München empfängt die Borussia aus Dortmund. Der Klassiker, El Clasico. Über 200 Länder schauen heute diesem Spektakel zu. Und wir sind alle gespannt, wie es ausgehen wird. Heute zu Hause in unserem roten Wohnzimmer. Weiter immer noch ohne Fans, durch Corona bedingt. Aber wir werden ein tolles Spiel sehen. Unsere Bayern. Es wird schwer werden gegen die Dortmunder heute. Aber wir spielen zu Hause. Und wir supporten euch nach vorne, Jungs. Und ich tippe mal auf ein 3-1 des FC Bayern München gegen die Borussia aus Dortmund. Auf geht's, Jungs. Mia, Samir, die Südkurve steht hinter euch. Auf geht's, Bayern. Schieß dein Tor. Schieß dein Tor. Schieß dein Tor. Fack mal was, Jungs. Hier ist die Mannschaftsausstellung des El Clasico. Also im Tor. Manuel Neuer. Die zwei Innenverteidiger. Alaba und Boateng. Linker Außenverteidiger. Fonsi, Roadrunner, Davis. Und rechts Niklas Süde. Dann unsere Super-Doppel-Sechs. Joshua Kimmich und Leon Doretzka. Vorne ist er wieder dabei. Unser Thomas Müller auf der 10. Dann über die linke Seite Kingsley Coman. Über rechts Leroy Zané. Und vorne Robert Lewand-Golzki. Das kann nur ein Sieg bedeuten. Oh, das ist ein gutes Zeichen, dass die Bayern anstoßen. Und das ist auch gut. Und das ist auch gut. So, auf geht's Bayern. Erste Halbzeit. Und los geht's. Thomas Müller stößt an. Der Stadion gleich auf unsere Südkurve. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ein Hut im Spiel. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, ey. Ab die Fresse. Ab die Fresse. Junge, Junge, Junge. Kann echt die Schware. Ein Hut. Auf geht's, Jungs, jetzt. Auf geht's. Jetzt geht's los. Wir haben doch 88 Minuten Zeit. Wir haben doch noch länger. Jetzt holen wir uns die. Kommt, Jungs. Jetzt. Vollgas. Vollgas. Da fängt er schon gut an, na gut, war abgefälscht vom Bohr. Zuletsch, ey. Jawoll, Jörg, Jörg ist geil. Junge, weiter, 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 weiter. Ja, Faulspiel. So, komm, jetzt direkt Ausgleich und dann starten wir bei 1,1 Vollgas, weiter. Kommt, Jungs, ey, lasst euch jetzt, jetzt geht's los. Wir haben schon mehrere aufgeholt, 1,0, wir haben in Mainz 2,0 aufgeholt. Das werden wir heute in Dortmund auch machen. Jetzt fühlen die sich alle schon als Sieger, die ganzen Dortmund auf der ganzen Welt. Aber jetzt kommt der FC Bayern da, ach. So, kommt, Jungs, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Hä? Wollen wir mal sehen, ey. Boah. Ja, abgefälscht, sonst hätte er den bestimmt gehabt. Boah. Ja, ja, der hätte den gehabt. Ja, ja, der hätte den gehabt. Wie gut ist denn das? Ja, genau so, sonst würde er die Fernseher. Ja, komm, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir spielen uns da jetzt schön. Das ist so schön. Komm Go Retschka, schütze ihn gleich ein ein. Der Hitze ist für einen Fehler gut gleich. So kommt Jungs. Jetzt hast du recht, ne? Recht, Jungs. Kommt. Jetzt geben wir Vollgas. Ich bin schon so oft zurückgelegen. Haben wir auch meistens immer noch. Ja. Ja. Das Spiel gedreht. Komm. Ja, Jungs. Ja. 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 Gut, war gut. War gut, war gut. Der Tor hat den Ball jetzt schon hell, nach 5 Minuten. Gut, Alaba. Ahhhh. Jetzt schon wieder ein bisschen. Wir haben mittlerweile den Tor ausgesucht. Der Tor kann kommen. Hier raus, 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 schneller. Und das ist eine gute Flüge an der Tor. Und die Kante der 2. Jan Koller Mai 2006. Der Tor war mal nach 68 Sekunden. Wir machen. Wir machen den Tor. Wir haben das mal ausgedrucken. Das ist die Schm hex. Oh, was sind da. Ja, naja. Ich kann noch mal gucken, dass ich eine solle Spiegel einstelle, so eine Alba-Folge. Ohne, 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 ohne. Schwere Ball jetzt, Mensch! Komm, Fonzi. Das kann doch nicht wahr sein. Da können wir heute schauen. Junge, 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 Junge. Der spielt einfach den Ball, Junge. Aber was machen die denn in der Mitte da? Das ist viel zu weit von der Leute weg. Ja, das ist schon mal gemacht. Und zwar genauso. Auf den Punkt, ein Klappelter Pfeffer. Scheiße. Das ist schon mega großartig. Jetzt werden wir jetzt noch mal ein Jahr sehen. Ja, es ist aber... Ja, das kann es aber... Verlassen, ey. Ja, mein AC muss ich wieder 4-2-0. Da haben uns aber wirklich jetzt... 2-0 haben wir in Mainz geschafft. Problem 5-2. Aber die haben doch Punkte aufgestellt jetzt nicht. Ich mache nur eine Antwort auf mich. Das war die Gegenspieler. Probar, und das wird auch so sehen, was dann 0-1. Und auf den Hals. 2-1. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Ich denke... Ich spiele ja auch. Ich spiele vorher bei den Dortmundern. Das ist... Das ist ja echt... Da ist er, wie ich diese Spritze gehauen. Oh mein, oh mein, oh mein, voll zieht. Was ist los? Junge, Junge, Junge. Das ist doch klar. Ja. Das ist nicht normal. Der hat ja letztes Jahr die Hälfte, die er hat. Ich glaube, der hat eine 16 Gegentore. Der hat in der ganzen Saison. Der hat ganz schnell mehr Gegentore gekriegt, als der FC geschossen hat. Jetzt halt so eine Ich denke... Leitungssteigerung kommen, das ist ein bisschen Wille. Und vor allem schnell Anschlüsse. Das ist jetzt so 2,1,2,2 und dann Halbzeit, dann fangen wir bei Null an. Da sind wir doch ungenau fest und alles. Marcel, das macht ja keiner mit. Ja, der Europäer, das ist doch ne, der Pokal ist nach meiner Einrichtung. Gut gemacht bei der Lupe in den Eckwass. Junge, 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 Junge. Kommt Jungs, jetzt geben wir Gas. Geben wir Gas. Ja, ist keiner in der Mitte, ist keiner in der Mitte, der Ball geht an drei Gelben vorbei. Da hätte man doch schön mal einnicken können. Ja, das ist doch nicht so herzgeil. Junge, 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 da geht der Ball an drei Mann vorbei und keiner ist in der Mitte. Müsst jetzt schon alle mitmachen, nicht schon die Kopf in den Sand stecken, Jungs. Weiter, weiter. Jetzt mal ein bisschen zweit, dritten Gang rein schalten. Und dann äh, Pürschen machen. Jetzt sind Anschlusspürschen und dann, nööö. Naja, zweifft der anders, ohne Dippe doch nicht. Junge, Junge, Junge. Guck mal, da macht ja keiner mit. Die schau'n nur zu und fassen nicht auf. 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 Oh, wow. Oh, die Hände zurückkehren können, oder? Boah. Ich mache jetzt zurückkehren, das ist ein Drei-Gonan. 2-0, ey. Jungen, jungen, jungen. Lass die ganze Welt sich euch hier schimmelisch, ey. Jetzt passen 7 Punkte vor, jetzt mit einem zurück. Ja, dann kommen wir euch nach Leipzig, Gladbad Leber, da müssen wir in Wolfsburg. Kommt, Jungen. Ne, wir haben den Ball nach vorne, der ist ja unterwegs. Wir sind 2.0 Minuten hier, wir versuchen noch ein Röfer. Aber die war ja Koppel, Jan Sanni. Süde. Äh. Mensch. Jungen, jungen, jungen. 20 Minuten und 2.0 hinten. Ja, wie meins haben wir auch. 2.0 Uhr stand in der Haldezeit und dann rufen. 5.0 oder was? Meins ist nicht offen, ne? Ja. Schnell da, alle. Aber wenn wir links rein oder hinten, dann muss man jetzt mal gucken, ob man noch mal die Gang umschaltet. Mit welchem Zettel geht es? Ja, da kommen wir jetzt schon näher. Wir sind jetzt schon mal am... Gibt es doch nicht. Da kommt da so ein Querschläger nach vorne und die sind da... Schneller jetzt. Mensch, der Ball da hinten raus. Schnell müssen wir was machen mit Humor. So, höher. Ja, hier kommt es. Nächste. Also halt, dann muss man 2-2 machen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Jetzt kommt die Geschwindigkeit raus. Hier steht doch schon. Du wirst ja nicht schnell hin, wenn du bald verlierst. Ah, da sind sie jetzt nicht schnell genug. Ja, da ist doch... Ah... Mensch, der hat jetzt gewählt. Und der knallt dann von 11 Meter rein. Hier außen sind 2 Mann. Hier außen sind 2 Mann, ey. Ich versteh das aber nicht. Ist doch klar, die kommen alle über die Süle Seite. Ich bin in der Lage, jetzt mal 1-2 Tore nachzulegen, ey. Kommt, Jungs. Kommt, kommt, kommt. Ach, der Schulz ist doch noch der, der sei hier, ey. Ich muss doch gerade bei dem. Muss ja dann eh doch gar nicht direkt raus spielen, ey. Schön, welchen läuft ja, aber... Wenn noch keine richtige Durchgang sind. Oh, Müller, mach mal mit, ey. Schön, Kimmisch. So, jetzt mach doch mal was, der, der Schulz ist doch. Ah, Mensch, ey, da ist doch alles nichts, ey. Du musst doch 1 gegen 1 in die Box gehen wie den Schulz. Der ist... Mensch. Da musst du doch gucken, dass der dir die Beine wegzieht. Mann, Mann, Mann. Da ist doch keine Bewegung bei den Bayern. So, da haben welche Dinger nach vorne. Jungs Florenska, da war gut. Wann müssen wir jetzt mal alles los machen? Guck mal, was sie da... Die kommt aber auch nicht nach! Das heißt, du starte ich wieder, ey. Das heißt, du starte ich wieder, ey. Komm, Jungs! Komm, Jungs! Lauf da! Jawoll! Jetzt kommen 25 Minuten, müssen wir jetzt mal... ...dass wir nicht so viel nachlegen müssen. Meine Fresse, ey! Wenn der natürlich jetzt den richtig trifft und der legt den quer, dann ist Feierabend. Dann ist es vorbei. Wenn man zur Halbzeit nicht ein oder zwei macht, dann ist es vorbei. Ja, ne, 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 ne... Schneller! Oh! Aber mach doch mit! Bleib doch da nicht stehen und diskutier, ey! Junge, Junge, Junge! So, die haben sie auch zwischendurch in die Welle holen, ey! Aber guck mal, die stehen dann mit sechsmal hinten, die losen. Aber da ist es keine Geschwindigkeit, dass sie mal hinten... Oh, Mann, ja, Mann! So, jetzt bist du in der Box! Ja, so! Super, jetzt, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Super, Lewandowski! So, jetzt kommen wir wieder! Jetzt sind wir dran! So, kommt! Jetzt sind wir dabei! So, jetzt sind wir dabei! So, jetzt sind wir dabei! Das war's. ...auf die nächsten Tage lang. Das ist für die nächste Fahrt, weil er das auf dem Weg dort oben ist. Das ist ja wie vor ein relativ freutlos Fahrrad. Teilweise, ob und hoch verlässt, liegt es mal in einem Fahrrad. Das Wächelgerüchte... ...und das ist ein Fahrrad. 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 Paul, Spiegel, gib doch mal eine Karte jetzt! Jetzt sind doch voll in die Socken. Nee, aber... Raus, 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 raus! Geh in die Box, geh in die Box! Geh doch in die Box! Sehr gut, sehr stark! Hä, drinne? Paul, Spiel, und jetzt mal eine Karte! Jawoll, so ist richtig! Nicht nur uns die Karte eben, sondern auch den... ...gelben Donnenleuten da! Boah! Ah, der hat mit der Flanke gerettet, der... ...jetzt... ...aber der macht noch... ...der macht noch ein, zwei Fehler heute, der ist. Den kriegen wir noch aus, dieses Spiel! So, komm, jetzt machen wir mal direkt jetzt zwei, zwei... ...und dann, äh, hier! In die Nase! Kommt jetzt! Direkt drauf, Jungs! Direkt drauf! Und da stehen Leute stehen! Sieben, acht, neun, gelbe, ey! Schisser! So, jetzt, kommt, kommt, kommt! Wo ist das Jügel, komm hier zurück, Mensch! Jawoll, Ecke! Ja, sehen wir gleich in Köln! Wird die Schulter wahr! Hä? Nix, Videoassistent! Wir müssten die einblenden, ab da! Oder das hier, oder irgendwas! Ah! Schade, 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 schade! Oh! Oh! Dann ist ja mal der Hand hier! Geil, Leben! Ja, nee, da bist doch... Oh! 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 Das weißte, ich moine Leute! Oh! Ich wollte doch Ciade, meine Spitze! Oh! 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 Ich muss auch eine confessivente, Ja, der hält sich hinten fest und äh äh Junge, Junge, Junge Junge, Junge, Junge Junge, Junge, das wollen wir nicht sehen Schaltet um mir jetzt, das wird doch keiner sehen da Der interessiert doch keinen, wie viel Prozent irgendwas ist, scheinen da liegen Dinger um mir Versteh ich nicht Schalt um, Mann Oh Boah, Mann, ey Ah, tack Jön, 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 Jön Jögen, Jön Jögen, Jön, Jön, Jön Boah, ich wollte nicht mehr spielen. Ich würde nicht mehr dafür spielen. So, weiss nicht. Aus, aus, aus. Wieder einmal zurück in Boateng. So in Bewegung, das Boot muss sich bewegen. Ah. Mensch, komm, hol dich doch, komm mal. So, ein Wuch dahinten. So, komm, schnell, schnell, komm, ich bin da ein. Macht Vorrang, wir müssen noch ein Tor vor der Halbzeit machen. Ein Tor müssen wir noch vor der Halbzeit machen. Ein Tor müssen wir noch machen. Schieß doch mal. Schieß doch mal. Schieß doch mal. Ein Bär. Das ist doch mal mit der Picke einfach mal von da. Und nicht noch da, dafür ein bisschen zu schwerfällig da noch im Dribbling zu gehen. Oh, das ist doch mal. Das ist doch mal. 16 Meter, wenn ich sieben schiebe ich den Ball doch mal nicht. Das ist doch ein Tor. Ah, Müller. Lass dich doch fallen, ey. Mann, ey. Schieß doch blind, ey. Ach, nein. Komm, donach NP Komm, wenn ich sie då und mich Pratown bin, ey. Ja, dass du das warst. Ily, oh you, oh. Super acabar fürgenommen Das bietet ihr doch an, dass der Paul da in der Raum ist. Man, 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 man. Kommen noch 10 Minuten, dann müssen wir wenigstens gucken, dass wir da noch ein Türchen drauflegen, dass wir jetzt 2.2 rausholen schonmal. Au! Ja, das ist so. Ja, faul. So, kommt jetzt, machen wir 2.2. Jetzt machen wir 2.2. Dann sind wir dran. Den Lorsch doch schießen. Geht doch da weg. Geht doch mal raus hier. Ja, das spielt manchmal, das soll man meinen, dass wir am, 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 am flühen sind. Ja. 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 Achso, wir werden noch mehr auf dem Unterteilchen liegen. Ja. 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 Ja... Ja. Ja, ja. Nein, doch da selber drauf. Nein, doch da selber drauf. Mensch, warum schießt er, der kommt morgen nicht selber drauf. Sehr stark. Komm, hol ihn dir, hol ihn dir und spiel ein. Du musst auf den Schulz drauf gehen, nicht wieder zurück. Oh, Rückenlage. Mensch. Ich muss auf den Schulz einziehen, einziehen. Du hast ihn doch eben schon da stehen lassen. Der Schulz. Boah! Ja, dann ist es schlecht, muss man sagen. Der Baller ist krass. Dass der Schulz der Stammspieler ist, ey. Ne, das ist jetzt nicht der Betreuung. Aber wir haben zwei Abseits. Abseits, die sind bald da hin. Aber wo ist denn nichts aus? Nach vorne, den Ball! Du den Ball nach vorne, Josch! Boah! Das ist gar nicht, Jungs. Komm, jetzt haben wir fünf Minuten und dann ... Boah, macht doch nicht so hoch! Guck mal ganz recht rein, weil es so schwer ist. Müssen wir hier durch die ... Ich mach mal da ein bisschen. Aber das ist der Einzige bei dem Fahrzeug, der ... Weit ist eh. Wenn man raus ist, oder aber ... Vielleicht tun wir was. Wenn er hängt ... Und ... Aufsteigverleihung ... So jetzt, komm, komm! Jetzt machen wir was! Mit Geschwindigkeit! Wir müssen mit Geschwindigkeit kommen! Mit Geschwindigkeit! Wir müssen mit Geschwindigkeit kommen! Aufsteigverleihung ... Das ist 11 Meter! Wo ist Köln? Wo ist Köln? Wo ist Köln? Wo ist Köln? Ja ... Ja, ist doch in einem 16er, Alter! Das ist jetzt 11 Meter! Was, wenn wir da keine 11 Meter ... Für was haben wir die ganze Scheiße denn? Das wird denn doch voll auf dem Fuß! Da, in der Box drin! Wupp! Und dann faul! 11 Meter! Jawoll! Boah, Robert, komm! Mach dein zweites Tor wie der Haare! Boah, ey! Da musst du eiskalt sein, ey! Jetzt bei so einem Spielstand! Komm, Robert! Jetzt hau ihn rein! Jetzt hau ihn rein! Hau ihn rein! Der ist jetzt ein Tor! Und dann war los wie die Niveau ... ... Tu die ... Tu die Fahne denn weg jetzt von den Dingen! Jetzt ... ... ... ... Jaaaa! Hu 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 hu! Zwang zwei! So, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ja, kannst du gucken! Das ist doch auch nichts über Haaland! Jetzt kommen wir! Jetzt können wir eine halbe Zeit machen und los geht's! So, Sönchen raus! Jetzt geht's los! Jetzt fangen wir zur halbe Zeit noch mal an! Ich hab ja auch in der Hose, Freunde! Der Nahrheit! Jetzt seid ihr alle wieder niedergeschlagen! Auf der ganzen Welt! Dortmunder! Wow! Pum! Eiskalt! Hu 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 hu! Jaaaa! So geht's weiter! So geht's weiter! So geht's weiter! So geht's weiter! So ganz weiter geht's! Und vielleicht noch der 3-2 vor der Halbzeit. Geh doch überlaufen ihn doch, überlaufen ihn doch! Hecke! Besser noch ausgemacht, Süle! Gut, Süle! Oh, der war aus! Der war aus! Ich glaube, der Story gilt dann nicht! Boah, konnte konnte sie besser! So hättest du so nicht gezählt, der Ball war im Aus! Das würde dann bestimmt reklamiert werden! Boah, Hammer! Hammer, 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 Hammer! Hammer! Das waren vielleicht die ganzen Booster-Fans! Da schmählte man so leichten Hörde-Fans im Moment! Das ist richtig gut! Ahhhh! Wo ist er denn da? Wo ist er denn da? Und da ist dann irgendwann auch wieder zu sein! Oh, stark, Jungs! Oh, schön! So, Halbzeit ist. 2-2. Super. So, Halbzeit ist. Wahnsinn. Erste Tor nach anderthalb Minuten für Dortmund. Haaland. Abgefälscht. Machst du nichts. Dann ist halt so. Dann das 2-0 für Dortmund. Nach 10 Minuten. 10 Minuten lachen die Bayern schon 2-0 hinten. Und dann kam der Robert Lewandowski. 2-1. Pan. Und dann ein ganz klarer Elfmeter. Gut, dass es den Videoreflee gibt. Weil sonst wäre das nicht geahndet worden. Und wird morgen wieder heißen. Ja, Elfmeter. Ich krieg's. Wumla. Und immerher. Jetzt steht der 2-2. Zur Halbzeit. Und jetzt können wir zur zweiten Halbzeit rauskommen. Und weiter so dranbleiben, wie wir jetzt waren. Das war eine super Mannschaftsleistung. Alle haben gekämpft und getan und gemacht. Und ich glaube, dass es zur zweiten Halbzeit nochmal richtig abgeben wird. Und die Bayern werden noch gewinnen. So, zweite Halbzeit. Los sieht's. Auf geht's. Jetzt wollen wir den Sieg. Super, Josch. Super. Das Pellchen läuft schon wieder. Das ist Zucker. Zucker, Jungs. Jetzt macht mir das Tor direkt. Mach' wieder Törchen direkt. Drauf, 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 Müller. Komm, holst du den wieder. Das ist der Himmler. Ah. So, ich dachte, mach' wieder direkt das Törchen. Nach zwei Minuten. Da ist aber nicht mal eine. Komm, Jungs. Wir sind heiß. Wir sind die Bayern. Morgen. Hol' dir wieder. Hol' dir wieder. Hol' dir wieder. Flipscharm. Jawoll, Süße. Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. Noch keinen Fehler gemacht heute. Sehr stark. Rundum. Rauf, rauf. Mensch, Sponzi, da musst du doch ein bisschen aggressiver zum Ball. Da musst du gucken, kriege ich nicht mal auf den Mann drauf. Guck mal da, guck mal. Ah, Mann, ey. Ja, jetzt einfach fallen lassen. Ist ja auch schwarz-sinnig. Da müssen wir unten einschalten. Da muss man auch einblenden. Hier, Kontrolle, V-A, äh, V-R. Und dann, äh, äh. Und dann, äh, äh. Und dann, äh, äh. Meine Güte. Hält sich das den Fall. Der ist für so'n Fehler gut. Der ist für so'n Fehler gut. Und dann machen wir das 3-2 gleich. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, ich glaube, du hast schon die 1-2, Junge. Das waren natürlich Dinge. Nee, der fädelt doch selber ein. Nein, nix wenn dann. Der fädelt doch selber ein, der Rolls. Was erzählst du von Schwachsinn? Der fädelt doch selber ein. Also, wenn wir da wollten. Ja, war ja nix. Und ab ja dann, wenn sie den... ...drauf, will er, in der Hohen, drauf, will er. Ja, setzt ihn zu, setzt ihn zu. Der ist stark, der ist stark, Dommel. Der ist stark. Oder hier. Ja, der ist es, der Birkin. Da muss ich mal schuldigen, und nachdenken. Ja, da muss ich ja... ...drauf, weil da... Ja, da muss ich ja noch schuldigen. Ja, da war einer wieder zu viel in der Box. Da war ja... ...habe ich schon mal hätte, ...habe ich nicht so machen... ...habe ich auch mal kurz... ...habe ich auch gesagt. Ah, da war einer wieder zu viel in der Box. Hinten rum, da, stehen sie doch schon. Ah Mann ey, da war super gespielt. So, spiel es mal hier raus jetzt, kommts Jungs, jetzt machen wir mal den. Ah, Alter, war ey. Das war die, ich spiele sehr gut. Keine Ahnung, Nuss, Lund. Wir haben die Runde, wir leben in der Vernunft, auf derrnenden, wir sprachen hier. Oh, frier wir, wir haben ja gehört. Ah, also. Böge Das kommt doch noch gar nicht. Ich werde dir noch nichts sagen, wir kommen. Boah, Jungs, gut ist es, gut ist es. Gut ist es, gut ist es. Gut ist es, gut ist es. Ich habe es, gut ist es. Ich mache es. Ich habe es, ich habe es, ich mache es. Ich habe es, ich mache es, ich habe es. Ach, ey, Junge. Ah, drauf, 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 der kann nicht, genau, siehst du? Ja, unter Druck setzen, immer unter Druck setzen die Dortmunder. Ah, komm, da war ja schon wieder nix, ey. Mensch, ey, ein Wohne, mal nur ganz locker abkirschen lassen, zack. Oh, ja, das ist auch genau aufgerissen, nicht schlecht. Nach Einwurf, da Schulz, ey. Jawoll. Jawoll. Ja, da muss ja einer da fischen. Gut, Guretzka, gut. Jawoll, da läuft das Bällchen wieder. Wie beim Training. Das war nix. Und jetzt mal ab, 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 ab. Und jetzt mal ab, 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 ab. Oh, war gut. Ja, das ist ja gut. Ey, die Höhle, ey, der sieht ja voll lustig aus. Ja, wie ein Baum und dann so. Tick, 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 tick. Ja, der ist zu eng, glaube ich. Der ist zu eng. Ne Manu mit, ne Manu mit. Komm, mach. Jawoll. Sehr schön. Ja. Gut. Du, 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 du. Super, 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 super. Einige Diodoren. Kommt hier oben, so ein Dürrchen. Du, 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 du. Und jetzt. Ja, du, du. Ja, ich weiß nicht, du. Du, 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 du. Ja, du. Hammer, Hammer, Hammer. Mach die wieder euch doch. Oh, das ist ein Ball fallen. Ja, der ist so lange noch. Raus, sehr gut. So. So, raus, raus. Nee, da ist zu, da ist zu. Oh, aus. Immer laufen lassen, Mädchen. Weiter, jetzt weiter. Komm, weiter, weiter, weiter. Schön, schön, schön. Nicht da durch die, da ist zu. Nicht da durch die Mitte. Oh, krass. Oh, das ist ein Ball da unten. Hier, steht da doch. Weiter. Super, Junge, super. Boah, ging's nicht heute wieder. Gut drauf, ey. Raus, raus, da, raus. Raus, raus, da, raus. Huah, ja. Wie geht's? Tee, gues. Es geht. Und Tee, gues. Tee, gues. Tag, gues. Tee, gues. Tee, gues, gues. Oh Oh, das war alles ganz gut Immer schön wegknallen. Kein Risiko da hineingeht. Obwohl man auch den Haarland ausgewechselt hat, dann hat er verloren. Der ist heute wieder Fantastico! Dann gehen wir mal ausziehen. Nicht wahr. Nicht wahr, Fahler. Boah, er war super, du magst hier, man darfst du mir da? Ja, da bin ich überprüfen, jetzt muss ich noch nicht dabei sein. Ah, ich hoffe, er war nicht falsch, er war nicht falsch. Nicht wahr, Fahler. Ich habe gesagt, ja, warte, Fahler. Ich habe gesagt, ja! Oh, die Blute! Oh, gute Besserung, Arla. Oh. Oh. Robert. Er hätte heute einen Dreierpack machen können. War aber gut, Sané. War echt gut. Er hat mich abdrängen lassen. Sehr stark. Ich hatte eine Übersicht. Robert, Robert, Robert. Was denn? Ah. Malte. Ah. Malte. Ah. Malte. Das verstehe ich euch, dass er doch Munderland so mit dem Körper spielt. Der steht doch da, oh, da war er ja recht, oh, ah man kann passieren, kein Problem, nichts passiert Junge. Kann immer mal passieren. Hör sie gleich wieder ein, bitte zwei, zwei gleich fest, wenn der jetzt. Boah, glatze Jungs, an der Welt läuft ja wie verrückt. Jetzt haben wir den Sack, jetzt haben wir sie. Das ist nur noch der 3-2 und dann ne. Ah, schade, schade, schade. Oh, jetzt kriegt der Knazi noch. Boah, jetzt erhört mal der Tempo. Erhört mal der Tempo. Wie verschieden wir jetzt schon, so kleine Putzenzlinge. Boah, der Blöder wieder. Haben wir noch, Thomas. Super Einsatz, Thomas. Boah, kommt Jungs, kommt Jungs. 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 Ja, Holger, wenn das mir denn nicht gefilfen wird, ey. Komm, Josch. Schon wieder, ey. Leck mich am Arsch. Immer gegen den Josch, ey. Zeig ihm jetzt mal ne Karte, den blöden Sechser da. Das ist jetzt schon ne zweite oder dritte Mal, ey. Apfel. Oh, komm auch hier runter. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich hab jetzt die Kommande oder die lassen. Ja, wenn der Löwe oder was? Komm, rauf, genau. Mach mal wieder. Boah, der Josch wieder Fantástico. Ja, aber die Offensiven müssen jetzt auch mal ein bisschen wieder Defensivarbeit leisten, ne. Nicht das nur vorne rumstehen. Bayern, Bayern, Bayern. So, da braucht ihr jetzt noch nen Antreiber. Bütchen. Jawoll, oder? Ja. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten. Die gute 20 Minuten. Jetzt müssen wir mal gucken, da hatten wir jetzt noch für 3,2 machen, Jungs. Wir haben hier voll im Sack. Wir haben sie da voll im Sack. So, wechsel, schneller. Ruf, ruf, ruf. Jawoll. Kommt, 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 Jungs. Wir wollen mich siegen sehen. Ähm. Oh. Boah. Keiner mehr da. Guck mal, wie lange der den Ball hält. Guck mal, wie lange der den Ball hält. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Ja. So normal. Auch faul viel. Ja. Ach, scheiße. Nee, ne? Ja, wir müssen pendeln, ey. Wechsel. Wechsel. Scheiße. Hat er sich noch verletzt, der Lewandowski. Äh, der Boateng. Shit. Kannste eigentlich nur ein anderes bringen. Was? Oh, Leute. Oh, gute Bete an Bowei, ey. Oh, Mist, ey. Ich muss aber die ganzen Treppe noch rundherum alles. Dann sind sie da hinten hoch, ey. Shit. Martinus hier. Ah, ja, dann ist jetzt mit den langen Händen nach vorne. Ihr müsst das spielerisch lösen. Jetzt haben wir noch 20 Spieleminutes. Ich wollte noch einen Sieg. Ich wollte noch einen Sieg. Einen Sieg, keinen Sieg. Ja, den will er her. Ja, guck mal. Warum hat der Komora rausgetan? Du doch mal nach oben. Ah, ja. Ja, gut, 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 gut. Auf geht's. Komm, Jörg. Komm, jetzt ist schön da rein. Schöne rein. Jawohl, Ecke wieder. Okay, jetzt machen wir noch eine schöne Ecke, Jungs. Eine schöne Ecke, 3, 2, dann haben wir 20 Minuten. Dann können wir das schön verwalten. Dann müssen die kommen, dann hauen wir sie weg. 4, 2. Das war nicht so nah. Das war nichts. Rotwür. So, rotwür. Schneller. 1, 2, 3, 2, 2. höher. Okay? Vielen Dank. Oh, wenn er natürlich ein bisschen höher geht, ist er drin, meine Hüte. Ihr müsst da mehr schießen und machen und sowas, der ist total unsicher, der Tor, aber. Oh, komm, jetzt noch noch 20 Minuten. Hoppisch. Oh. Oh, 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 guck mal da. Ja, faul. Junge, Junge. Oh, Mann, ey. Ja, ja. Und die neue Funktion. Dann sind wir ganz sicher auch hier, so waren wir in der Nähe, aber die Funktion auch keine Verarbeitung. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind hier. Haben wir, haben wir ganz locker, Jungs. Ja, ein Tor machen wir noch, 100%. Wo nicht verlieren. Aber ich meine, jetzt zweiter Halter klar besser. Ja. Krass. So, kommt Leute. Jetzt haben wir 14 Minuten Zeit. Was, aber jetzt mal in der Lage sein, das blöde 3-2 zu machen. Ich bin zu Hause. Zweiter Halbzeit, klar besser. Nein, weiter. Na, der war doch nicht im ganzen Umfang über die Linie. So geil, ein bisschen englisch. Boah, klasse Bonzi. Boah. Ah, ja, das war zu spät. Ah, ja, das war zu spät. Ah, ja. Schmerz. Ja. Vor allem, lieber aufpassen. Neues Zuhause für den Motorsporten. Heiß, geil, von Formel 1. Alle Sosten, Formel 1, Formel 2, Formel 3. So wie alle Kopenhagen, Supercupinnen. Bülken! Ert in die Box! Zumachen! Ja! Bevorher! Dann hab ich's, wenn die Zeit direkt unter Druck sind! Ich hab's doch... Schön, jetzt wechsel mal! Wechsel mal die Zeit raus! Ah, der Sané ist auch noch dabei! Könnt ihr mal was ja sehen mit der zweiten Halbzeit! Versteh ich nicht! Versteh ich echt nicht! Dass man den Coman rausnimmt und die Sané drin lässt! Ah! Shit! Mann, 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 ey! Mann, 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 ey! Der hört doch schon immer aus! Ah, schade! Ja! Ja! Jetzt haben wir noch 10 Minuten, vielleicht 12 Minuten! Jetzt müssen wir noch mal gucken, was wir noch machen! Jungs, wir brauchen 3 Punkte! Wir sind zwar mit einem Punkt vor, aber das ist doch alles! Wir waren 7 Punkte vor! Leipzig kommt noch! Oh, der kleine Leipzig halt weg! Oh, der kleine Leipzig halt weg! Nicht runterbringen! So! So, komm, Jungs! Jung, 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 jung! Boah! So! So, das ist wieder eine Ecke! Kommt, Jungs! Zieh mal rück die Ecke, Josch! Nicht wieder zu kurz zum Forsten! Mach mal lang! Mach mal lang! Mach mal lang! Dass die Leute reinlaufen können! Und wupp! Nicht immer auf die kurzen Forsten und hofft, dass das alles verlängert! Das klappt vielleicht von 100 Mal einmal! Aber hier ist so ein Rückraum! Da hat das doch auch keine Chance! Na, ein kurzen Ding hat mir ja gar nichts! Hier ist... Timmy! Aaaaaaah! Ecke! Das kann er ja jetzt nicht über die Ecke! So, jetzt noch 9 Minuten, ja! 10 Minuten vielleicht! Jetzt waren aber die Dinger rein da! Uhhhh! Ooooooh! Ooooooh! Mann, ey! Pfff! Kann ich rein gehen jetzt? Aber das war eine gute Ecke! Raus! Raus! Kommt doch weg! Kommt doch weg! Kommt doch weg! Mann, ey! Kommt doch weg! Pff! Ja! Wien ist auf der Boll! Wien ist auf der Boll! Der letzte Lucky Punch gehört uns. Der letzte Lucky Punch gehört uns. Und dann bumm, 3-2. Guck mal, den reicht schon, der 2-2. Guck mal, ich spiele schon Zeit. Der war jetzt natürlich. Aber wir wollen uns. Wir wollen uns wieder. Und jetzt? Ah, das kann passieren, das kann passieren. Kein Thema. Das ist nicht schön. Kein Problem, das kann passieren. Gleich hinter dem Mann. Nicht vor dem Mann. Nicht vor dem Mann. Das ist ja so. Neun, zehn Minuten. Dann haben wir noch. Dann wollen wir noch einen Lucky Punch haben und dann führen wir uns den Sieg. Ja, da muss man sich nicht. Ja, da muss man sich nicht. Ja, aber es ist ja auch sehr. Boah, der Müller, ey. Fantastisch. Ich mach mal mal voranziehen. Wow. Müller, Hofer Müller. Ecke. Thomas, super, super, Müller. Mann, das hätte noch ein Tor verdient gehabt. Das war so geil gemacht. Ah, ja, nichts, Robben. Warum hätte der die Macht? Super, Knabry. Das ist offensiv auf defensiv arbeiten. Super. Komm, wir haben noch 5 Minuten. Einen Lucky Bansch. Krämer noch. Kommt, Jungs. Wir müssen zwei Punkte vor sein. Das ist besser. Oder mal das Bild nach oben. Das ist doch was. Was soll denn der Scheiß? Ah, der Josch schon wieder im Fallen, ey. Da wäre der ja jetzt gewesen, ey. Wenn der Josch den wieder so reingemacht hat, wie beim Super Cup. Komm, Josch. Komm, Josch. Komm, Fronzi. Mann, du hast dich wieder super gesteigert, Junge. Das ist unser alter Fronzi. Komm. Raus. Nochmal raus. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Ja. Ah, das war scheiße. Das hat der Sonne super gemacht. Da muss man sagen, du war nach hinten gearbeitet. Klasse, Junge. Klasse. Das wollen wir von dir sehen. Das wollen wir von dir sehen. Das wollen wir von dir sehen. Sehr gut. Krämer. Oh, ja. Schwer. Wahnsinn. Na, ich glaube nicht. Na, ich glaube nicht. Na, na. Na, na. Na, na. So ein fang! Ja, Herrpa! Da ist es! Lucky Punch! Ha, 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 ha. Geiles Dinge! Ja, wu! Ha, 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 ha. Hammer! Tor für den FC Bayern München. Das ist doch kein Foulspiel. Das ist ein Männersport. Nein, muss man nicht. Nein, das ist ein Männersport. Das ist doch... Wollt ihr mich verarschen oder irgendwas? Puh. Boah, yeah. Ja, der passt aber genau. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Super, Jungen, super. Ja, wir zwei. Jetzt haben wir sie. Hohoho, dreimal Lewandowski. Ja, ha, 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 ha. So, ha, 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 ha. Geiles Spiel. Ach, herrlich. Das sind meine Bayern. Zane, super heute. Ganz tolle Junge. Ganz klasse, der Zane. Super alles heute. Hast du mal ein paar Böcke, Zane, aber mehr als ganz positiv. Super. Wollt ihr in der Welt. Lalalalalala Lalalalalala Bayan Bayan Lalalalalala Super, gut gemacht, Junge Klasse, klasse, klasse Das ist doch super Ah, ist das herrlich Ist es herrlich oder ist es herrlich? Es ist noch nicht zu Ende Es ist noch nicht zu Ende Ja, noch 2 Minuten Boah, nach 2-0 Rückstand 4-2-Jumans Ist das ein geiler Abend wieder Ist das geil Ist das geil Ist das geil oder ist das geil? Boah Sind wir da 2 vor Raus, raus, jawoll Oh, der Josch, der Josch, das ist ein Traum heute Boah, jetzt wird der Süle Dann ist das richtig Bumm, rein damit Boah, Junge, 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 Junge Junge, Junge, Junge Da sind wieder 2 vor Wer sind wieder 2 vor Mal klopfen die Leipziger weg Und dann haben wir die auch auf Abstand gehalten Herr Ratzke leider Wieder verloren Wir haben doch schon ein Champagner aufgemacht Nach dem 2-0 Wir waren doch schon wieder am Borsigplatz Ah ne, die sind nicht weit weg Hahahaha Sind du der Sechster Boah, jetzt Fünder der Schopo Faul, Spiel und Geld Na komm, lass die Geld stecken So, so, Ende jetzt Feierabend So, was hat man lange nicht gesehen So schön So schön Oh, wie ist das schön Oh, wie ist das schön So, was hat man lange nicht gesehen So schön So schön Boah Ja, Mini Gut gemacht Super Leistung, Jungs Da muss man echt planen, Klasse Boah Hammer Zack, zack, zack Ja, das ist die schwache Ecke von dem, die Rechte Hahahaha Drei Tore Ist der Hammer Ist der Hammer Das Spiel ist aus Die Bayern gewinnen 4 zu 2 2 zum Rückstand Super Jungs So, das Spiel ist aus Ein unglaubliches Spiel Das FC Bayern München Die Bayern Die willen 4 zu 2 Nach 2 zu 0 Rückstand Ist das ein geiles Ergebnis oder nicht? Also ich muss sagen Jeder hat heute 150 Prozent der Bayern gegeben Ganz toll Die Dortmunder waren in den ersten 20 Minuten ganz stark Nach 9 Minuten stand 2 zu 0 für Borussia Dortmund Und dann kamen die Bayern Pum, 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 Pum Pum, 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 Pum Die haben sich für die Mannschaft zerrissen Also da muss man jetzt mal sagen Alle super Boah Man kann keinem sagen Dass der heute Nicht voll gehabt gegeben hat Also es war ein Hammerspiel Und wie gesagt Nach 2 zu 0 Rückstand Wieder aufgeholt 4 zu 2 gewonnen Hammer 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 Das war top Das war echt top Jungs Das war ein geiles Spiel München Gegen Bayern Kann man mal verlieren Ja Super geil Danke Dass ihr bei meiner Show dabei wart Bis zum nächsten Mal Euer Michael